ITALIA! ITALIA! Allora, dai dai Luca Toni, Italia-Kampioni d'Europa, e molto bene! E hier ist Milano, Torino, Roma, alles in eine Stadt! ITALIA! ITALIA! Bello! Alle geimpfte, aber leider nicht gegen Tollwut. In Italia hat England gezeigt, wie der Brexit wirklich geht. Dai! Allora! In Wembley waren 60.000 Engländer und nur 1.000 Italiener. Und die Italiener haben alle nur halbe Größe. So, waren nur 500. Vorne wir haben gespielt mit Insigne, mit Immobile und mit Chiesa. Wir hatten vorne drin eine Delta-Formation. Diesmal gegen die Engländer. Wir haben sogar ohne Materazzi gewonnen. England, nein. Für mich England, nein, gut. England macht viele Faule. Falle lasse, Schauspielereien, nein. So wird man kein Europameister. Italia hat gespielt sehr sauber. Ist für uns völlig unnormal. Der erste Tor von den Engländern war bravissimo. Hätte man gesagt in München, das Tor war schon schön. Dies ausgeht von England. Hätte nicht gedacht, dass dies ausgeht, damit er wieder leer ausgeht. Allora! Wer war der beste Mann von Italien? Super Ricci! 9! In Zinni! Sì! Oggi in Zinni! Locatelli! Locatelli! Perchè? Klinti bin Locattoni! La squadra azzurra, capito? Immobile, immobile! Sì! Anche Immobile! Luca ist wie Immobile! Luca ist wie Immobile! Sì, sì! Va bene, va bene! Fini Faule Rumlige kannigau hier mal 9! Locattoni numero 1, capito? Italia numero 1! Italia numero 1! Italia! 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 Ja, ja! Passe! Warum Italia hat in den ersten zwei Minuten nicht gespielt? Perchè? Ist spiel 120 Minuten? Wir brauchten die Luft hinten drausse! Goal in Italia, molto bene Bonucci! Erst war der Ball dort, dann der Pickford, dann war der Ball drinnen. Und Pickford nix dort! Bonucci! Ich werde verrückt! Porta Italia! Allora! Insigne! Insigne! Trainer Mancini! Veno Mancini! Ja Trainer Mancini! War bei Friseur! Mancini rasiert nach Finale! Allora! Geh Mancini! Bello! Fantastico! Englische Trainer noch bessere Trainer! Für Elfmeterschießen! Weiß genau wie man Elfmeter verschießt! Allora! Rašfort! Rašfort! Schau mal! Nachher die verschossen Elfmeter, er war aus dem Stadion in Rašfort! Italia, grande! Elfmeter schießen ist nix für Irnglande! Er macht Podolski seine Doktorarbeit! Per me bester Torwart von die Emmis, per me ist Donnarumma! Perchè? Donnarumma ist per me der Neuer Neuer! In Italia wird gelische viele Spieler waren kaputte! Spenazzola kaputte! Chiesa im Finale kaputte! Verrati kaputte! Mancini schoene telefoni con Luca Toni! Perchè? Ich mache den Flughafen mit Tasse! Fritti, Scampi e Ghianti, Kallamari Italia sei per me! Numero uno! Bella donna, mamma mia! Alimenti, ciao! Oh, Roma, Roma, liberi amore mio! Mazzarella, mortadella, mintotella, Luca sei per me! Numero uno! Istria! Frau Verrati! Frau Locatelli! Frau Bonucci! Per me Italia, beste nazione di calcio! Molto bene! E schönste nazioni! Sehr schöne! Aber nicht alle! Mancia auch bisschen! Allora! Italia, campioni di Europa! Bello, fantastico! Si! Si! Molto bene! gusotene! Volto! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Italia, forza! Wir sehen uns bei meiner Comedy-Tour, tschüss, macht's gut.